Herzlich Willkommen bei der B2B Wirtschaft. Schön, dass Sie da sind, Antje Kruse. Es geht um das Projektgeschäft, das Projektmanagement und wir beiden haben ein Thema, was eigentlich überhaupt nicht besprochen wird. Das heißt eigentlich soziale Komplexität, aber unter uns, das ist die, mir fällt gerade ein Wort ein mit SCH, die passiert, wenn man 20 Leute im Projekt hat und plötzlich merkt, dass der eine oder andere darunter richtig leidet. Das heißt, dass sich das Leben für ihn oder für andere verändert. Wie macht man denn das so richtig? Bock haben die dann ja nicht mehr damit zu ziehen. Nee, das stimmt. Zumindest, wenn man in so Phasen ankommt, wo diese Komplexität in so einen überkritischen Bereich kommt oder durch Konflikte und durch Widersprüche und Widerstand in so Sphären ankommt, wo man sagt, da behindert es richtig. Zum einen die Stimmung, zum anderen aber auch wirklich die Ergebnisqualität und Menge. Man kommt einfach nicht voran. Und es fühlt sich tatsächlich richtig, SCH ... an, dann da unterwegs zu sein in so einem sogenannten Team. Die erste Frage ist dann natürlich, ab wann merkt man das eigentlich, wenn jemand so wie Sie unterwegs ist als, ich sag mal, Leiter im Projektmanagement, ab wann merkt man denn eigentlich, dass jemand dadurch mehr betroffen ist, als man eigentlich fühlen kann? Auch als die Leute vorher sagen, wahrscheinlich, wann ist der Punkt. Eigentlich ist doch die Hälfte der Zeit schon rum, oder? Wenn es doof läuft, ja, tatsächlich. Und das ist, also ich sag dann immer so, wir werden gerufen als Maßnahme für Schwerstkranke. So, ne, das ist ein bisschen schade. Man könnte da deutlich früher ansetzen und damit bestimmte Entwicklungen verhindern. So, ne, wenn wir über soziale Komplexität sprechen im Projektgeschäft, dann ist die ja immer da, je nach Projektthema, mal mehr, mal weniger. By the way, es gibt auch eine inhaltliche Komplexität, eine technische, eine fachliche irgendwie. Die ist aber oft leichter überschaubar. Dieses Soziale, das ist ja so zwischen den Zeilen, so die Dynamik, die zwischen den beteiligten Menschen entsteht. Und die muss ja entstehen, weil tatsächlich die Beteiligten, die da in irgendeinem Thema arbeiten, kommen aus unterschiedlichsten Bereichen, haben ganz unterschiedliche Interessen, worum es denen geht und vertreten auch ganz unterschiedliche Haltungen, Meinungen, manchmal auch Ziele, auch wenn sie unter dem gleichen Projektziel arbeiten. Und das gehört auch dazu, weil erst dann entsteht ein richtig gutes Ergebnis, wenn möglichst viele Perspektiven und Sichtweisen in ein perfektes Projektergebnis eingebracht werden. So, und jetzt starten die alle. Am Anfang sind sie sehr höflich, sehr nett miteinander. Man legt erst mal los. Und das tun die Unternehmen in der Regel allein, weil sie nicht so richtig kommen sehen. Das ist wie mit so einem schönen Sommertag im Gebirge, wo man denkt, oh, bestes Wetter, wir machen Wanderung XY richtig schön raus. Und auf einmal kommen Wolken an den Horizont und dann geht es ganz schnell und man hat das fieseste Gewitter. Und so ist das manchmal im Projektgeschäft tatsächlich auch. Das fängt ganz easy an. Alle zeigen sich von der Schokoladenseite. Alle sind ganz konstruktiv, ganz produktiv. Und dann so in Tun, wenn so auch die Dynamik zulegt, die inhaltliche Komplexität zulegt, dann auf einmal fängt es an, mühsam zu werden für den einen später, für den anderen früher. Und je nachdem, um was für ein Projektthema wir uns da sozusagen drehen, desto schwerwiegender oder massiver ist das dann, je nachdem, wie unterschiedlich auch die Interessen lagen und manchmal auch die Charaktere der Beteiligten sind. So, und dann merke ich, ich habe keine Lust mehr, zu diesen Projektmeetings zu gehen. Das bringt doch eh alles nichts. Hans Franz macht eh wieder ganz was anderes, als wir abgesprochen haben. Der Nächste macht überhaupt nichts. Und Eva hätte schon längst mal was liefern sollen und macht es nicht irgendwie. Oder macht wieder was ganz anderes. Und wie greift man denn ein? So, und das ist die spannende Frage. Und in der Regel geht es erstmal so los, dass diese dann einfach genervt aus den Meetings gehen, entscheidungslos, ergebnislos losgehen, dass der Lenkungskreis, die Entscheider eben irgendwie sagt, oh, so läuft es nicht. Und dann ist die Frage, an welchem Punkt kommen wir auf den Plan. Und meistens sagt dann jemand, wir holen uns mal jemanden, der klärt mal hier unsere Teamentwicklung oder hilft uns mal in einem Teamentwicklungsprozess ein Stück weiter. Und dann ist tatsächlich die Arbeit auf verschiedenen Ebenen von unserer Seite erforderlich. Nämlich das eine ist tatsächlich erstmal hinzugucken, was ist denn da los? Also, um was für ein Thema handelt es sich? Ist das Projekt sauber aufgesetzt? Was ist der Hintergrund für den Ärger, der da gerade entsteht? Manchmal ist einfach schon in der Projektorganisation so viel schiefgegangen. Rollenverantwortlichkeit nicht klar, Arbeitspakete nicht vernünftig abgesteckt. Da muss man Ärger kriegen miteinander. Manchmal liegt es aber tatsächlich auch in der Unterschiedlichkeit der beteiligten Leute oder den unterschiedlichen Interessenlagen. Und dann geht es darum, kriegen wir es hin, eine gute gemeinsame Basis zu definieren, wo wir als Projektteam drauf hinwollen. Und so diese Unterschiedlichkeit bewertungsfrei, nicht sagen, das ist aber doof, sondern zu sagen, ah, es ist interessant, dass du das anders siehst, das auf den Tisch zu bringen. Darf ich ja eingreifen? Gerne. Das ist ja total schön. Und das finde ich auch super. Aber jetzt komme ich mal mit zwei richtig blöden Sachen ein. Der Chef hat die Anweisung gegeben, diese Abteilung, ich sage mal, fußt nur auf dem Spezialwissen einer Person. Wir müssen das irgendwie breiter machen. Das kommt ja immer häufiger vor, damit wir das standardisieren, das Ganze. Und diese Person hat natürlich jetzt nicht wirklich ein Interesse. Also vorher war man, Sie wissen, Frank Drabin, der spezielle Spezialist der Spezialeinheit. Und jetzt ist man nur noch der, der ganz kurz Wissen wegfeuern muss. Und dann ist man einer von vielen. Oder jetzt kommt Variante Nummer zwei. Die Person kann sich ausrechnen, vorher hatte ich Spezialwissen für 6.000 brutto im Monat. Und jetzt bin ich nur noch einer, der schreibt für 3.000 brutto im Monat. Wie? Ich meine, da kann man ja schlecht drum herum reden um die Situation. Wie fängt man das auf? Na, da geht es tatsächlich erst mal wirklich um ein bilaterales Gespräch mit den Beteiligten. Also wenn sowas absehbar ist, auch da wird es ja irgendeine Projektorganisation im Hintergrund geben. Irgendjemand, der sich gedacht hat, wir machen das mal, dass wir das in die Breite geben. Wir machen das mal, dass wir es skalierbar machen. Und derjenige wird sich was dabei gedacht haben, warum er das tut. Und warum das sinnvoll ist, tatsächlich diesen Einzelnen aus seiner Kopfmonopol-Ossition zu holen. Das wird aus Unternehmenssicht wahrscheinlich irgendwie Sinn machen. Und jetzt ist die zweite Frage. Wer hat dann mit diesen betreffenden Mitarbeitern eigentlich mal darüber gesprochen? Warum tun wir das? Was ist der gute Grund dahinter? Was könnte auch für dich der Vorteil sein? Weil das ist ja ganz normal, dass da jemand sagt, also geh ich mal in Widerstand. Also was soll denn das? Da könnt ihr mich mal. Sondern tatsächlich zu sagen, wer setzt sich eigentlich mit diesen Menschen so auseinander, dass da tatsächlich auch klar wird, wo die Handlungsnotwendigkeit auch auf lange Sicht fürs Unternehmen liegt. Und damit wahrscheinlich auch eine Sicherheit für die 6.000 brutto auf lange Sicht. Weil was nützt es mir, wenn ich der Einzige bin, aber damit am Markt nicht mehr tragfähig als Unternehmen. Und wir damit dann gemeinsam untergehen. Das hat ja auch keinen Wert. Also da geht es dann eigentlich eher um eine Führungsthematik mit diesen speziellen Mitarbeitenden, denen dafür zu gewinnen, warum das tatsächlich Sinn macht, das in die Breite zu geben. Und dann wirklich als Experte eine entsprechend verantwortliche Rolle auch zu geben, sodass der auch tatsächlich ein Stück weit das davon spürt, dass er die Expertenrolle hat und auch in gewisser Weise auch weiter ein Stück weit innehaben kann. Jetzt bin ich immer für die ganz bösen Überraschungen zuständig. Was passiert denn, wenn der sagt, vielen Dank, ich habe gestern gerade ein wunderbares Angebot bekommen. Hier ist noch mal eine Kündigung, übrigens fühle ich mich gar nicht gut. Gehen Sie davon aus, dass ich morgen krank bin und dann auch bis zum Dienstzeitende nicht wieder komme. Haben Sie solche Sachen schon mal erlebt? Wie handelt man da? Ja, also es gibt tatsächlich in Unternehmen, man glaubt das immer nicht, es gibt teilweise Menschen, die sind die einzigen, die noch eine Computerschnittstelle pflegen und bedienen können, und kein anderer kann das mehr. Oder sie sind die einzigen, die bestimmtes technisches Know-how haben. Es ist oft übrigens eher im Bereich technischer Komplexität, dass es so Kopfmonopole gibt, so Kopfrisiken, sagen wir dazu auch immer, dass es nur noch ein oder zwei Menschen gibt, die das Thema tragen. Das ist natürlich, wenn es dann auffällt, wenn ich demjenigen das ein Stück weit abnehmen will, äußerst riskant und kritisch. Und eine gute Projektplanung macht ein vernünftiges Risikomanagement und sagt, Mensch, das ist hier, wie hoch ist die Eintrittswahrscheinlichkeit, dass der hier geht? Und wie hoch wäre die Auswirkung? Und was können wir dagegen tun? Das heißt, bevor wir vielleicht anfangen, das Thema anzupacken, dass wir tatsächlich erst mal gucken, das Thema anzupacken, dass wir vielleicht gucken, können wir jemandem zweiten tatsächlich ein Minimum an Wissen mit auf den Weg geben, und zwar rechtzeitig irgendwie, was immer Sinn macht. Also wirklich Menschen, einzelne Köpfe im Unternehmen zu haben, die bestimmte Themen gehören, gibt es oft, ist mega riskant. Der kann ja wirklich von kündigen bis krank werden bis, keine Ahnung, immer mordsriskant. Das sollte man sich auch in kleinen Unternehmen wirklich nicht antun. Immer zumindest ein Sicherheitsbackup, muss ja nicht in der gleichen Qualität sein, zu haben. Aber das ist natürlich was, was nach Möglichkeit nicht passiert. Aber mitgeplant wird, okay, wenn das passiert, verabschieden wir uns komplett von der Technologie, holen wir uns Experten von außen ins Haus, die es klären können. Er wird ja nicht der einzige Mensch auf dieser Welt sein. Was bedeutet das in Zahlen? Was müssen wir dann an Mehrkosten einplanen irgendwie? Okay, welche anderen Möglichkeiten gibt es, um da jemanden noch auszugleichen? Niemand ist komplett unersetzbar. Also wäre äußerst doof, wahrscheinlich ziemlich teuer, würde den Projektzeitraum tierisch verlängern. Aber über solche Dinge ist dann gut, wenn ich drüber nachdenke rechtzeitig. Und rechtzeitig mit diesen Menschen in Kontakt gehe, zu gucken, kann ich das irgendwie verhindern. Thema soziale Komplexität. Das war ja wirklich der Worst Case. Also der wichtigste Mann oder wichtigste Frau geht stiften. Was sind Sachen, die noch passiert sind, worauf ein Unternehmer sich in diesem Bundle vorbereiten muss? Also soziale Komplexität, wie gesagt, ist immer in irgendeiner Form da. Mal mehr, mal weniger. Das hängt sehr davon ab, wie viele Beteiligte habe ich in der Projektarbeit? Wie viele Beteiligte sind betroffen vom Ergebnis, könnte man eigentlich sagen. Kundenseitig, Mitarbeitendenseitig und so, hängt ein bisschen von Unternehmensgröße und auch von Rahmenbedingungen ab. Wenn ein Energieversorger sich entscheidet, wir wechseln, das ist die gesamte Abrechnungsplattform, betrifft fast jeden kaufmännischen Prozess, dann hängt da deutlich mehr dahinter, als wenn ich entscheide im Handwerksbetrieb, meine Leute fallen jetzt mit dem iPad raus und können zu Hause starten. Also da ist unterschiedliche Dimensionen. Also je mehr Beteiligte, desto höher wahrscheinlich die Komplexität. Und dann ist immer die Frage, wie sehr wird es die Leute anfichten, sozusagen. Also wie sehr ist die Veränderung, wie sehr ist der vermutete Widerstand, wie viele unterschiedliche Interessenlagen sind auch im Haus, wie viel Veränderungsbedarf ist da. Und je mehr da jeweils von da ist, desto mehr steigt auch die soziale Komplexität. Desto riskanter wird das Ganze auch im Sinne von, kriegen wir das getragen und gehalten. Darf ich da einhaken? Weil jetzt komme ich ja eigentlich zum nächsten Thema. Also das Erste war ja, der Wichtigste geht raus. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, wie die DDR baden gegangen ist. Die Leute haben einfach nicht mehr mitgearbeitet. Was machen Sie denn als Projektleiter oder was raten Sie dort, wenn wirklich die Situation eintritt, dass erst einer und dann zwei und dann drei und dann vier oder fünf sagen, ja vielen Dank, die Aufgaben habe ich schon verstanden, die Sie mir rübergegeben haben. Lassen Sie sich aber aufgrund der Arbeitsbelastung und so weiter und so fort. Dann machen Sie die dritte, vierte, fünfte Projektrunde. Aber es passiert nichts. Wir kennen uns aus der Politik. Was macht man da? Also entscheidend ist tatsächlich, Frage Nummer eins, wie ist eigentlich bis dahin die Kommunikation gelaufen? Also was an Kommunikation ist tatsächlich bei den Beteiligten angekommen? Ist klar, warum wir das brauchen als Unternehmen, was der Handlungsdruck ist, nach dem Motto, was passiert, wenn nichts passiert? Also ist das sauber kommuniziert worden? Warum müssen wir dieses Thema oder wollen wir dieses Thema jetzt angehen? Ist spürbar, dass eine Unternehmensleitung auch wirklich dahinter steht und es wirklich wichtig findet und das auch unterstützt. Also ein Kraftfeld schafft im Sinne von genügend Ressourcen zur Verfügung, stellt sich damit auseinandersetzt und das Thema auch vertritt. So, das sind immer schon so die Themen, wo es am Vorfeld meistens sehr gehakt hat. So, dann die nächste Thematik. Wir werden oft erst gerufen, wenn der Teil schon langst erledigt hätte sein müssen und nicht ist, weil dann genau kommt es zu solchen Situationen. Dann ist wirklich wichtig, sich mit der Unternehmensleitung noch einsetzen, das nochmal aufzubrechen und zu gucken, warum seid ihr da, wo ihr jetzt seid? Was genau wollt ihr denn jetzt eigentlich verändern und erreichen? Wo ist auch euer Anteil, dass ihr Dinge verändert, dass wir hier auf einen grünen Zweig kommen? Und dann setze ich mich in der Regel mit dem Projektleiter und dem Inner Circle, dem Projekt sozusagen, in dem Kernteam und sage jetzt, Leute, was ist denn hier los? Und was müsste aus eurer Sicht passieren damit? Und gar nicht so sehr tief im Dreck rumwühlen, sondern eher lösungsorientiert hinzugucken und zu sagen, okay, wir müssen es machen, da ist der Handlungsdruck. Was ist aus eurer Sicht das Entscheidende, was jetzt passieren muss, damit tatsächlich eine Bereitschaft entsteht, dass sich das Ganze wieder in Bewegung setzt? In der Regel liegt es da dran, die Leute fühlen sich nicht gehört, denen ist der Hintergrund nicht vernünftig erklärt, die fühlen sich nicht gewertschätzt und die haben 25 Themen parallel und sind total genervt. Die wollen ja auch nicht, dass ihr Laden baden geht. Also so ein Grundinteresse ist in der Regel ja da, nur irgendwie, ich sage jetzt mal, eine massive Eingeschnapptheit, wenn ich in so eine Arbeitsverweigerung gehe, die gute Gründe hat aus deren Sicht. Und der Hintergrund Dingels rauszufinden und dann sehr gezielt und nicht überfrachten, mit guten, sauberen Maßnahmen da dann auch für Abhilfe zu schaffen. Das war ja jetzt die total nette Variante. Wann gehen Sie denn nach dem Motto Frieden schaffen mit Handfeuerwaffen zu der nächsten Stufe über, wo man sagt, so Kevin Ohle, du gehst jetzt auf die stille Treppe, du bist Teil der Vergangenheit dieses Unternehmens und wir als Teil der Zukunft des Unternehmens, wir machen jetzt gemeinsam, allerdings ohne dich weiter. Gibt es die Situation auch? Ja, allerdings nicht über uns ausgesprochen dann als externer Begleiter, sondern tatsächlich, das erste Gespräch ist mit Kevin Ohle. Kevin Ohle, was ist denn los? Was brauchst du damit? Wo ist dahinter geworden? Kevin Ohle, es ist unabdingbar, du musst jetzt ran hier. Letzte Chance, sonst müssen wir eskalieren, Sachen, was ich brauche. In der Regel sagen die Leute dann von sich aus, komm, dann gehe ich raus. Wenn Kevin Ohle sagt, nö, ich bleibe hier sitzen, dann sage ich, okay, dann gehe ich jetzt zu deiner Linienführungskraft und dann besprechen wir, wer dich ersetzen kann. Also tatsächlich, dann geht es über die Linie disziplinarischer Weg, dass zumindest jemand aus dem Projekt rausgenommen wird. Ich würde dann ja auch die Frage stellen, was ist denn der gute Grund, weshalb er für dieses Unternehmen arbeitet, aber das ist dann Sache des auftraggebenden Unternehmens, das zu entscheiden. Also wenn Sie nicht eskalieren möchten, dann rate ich Ihnen einfach Antje Kruse an. Wenn Sie eskalieren möchten, rufen Sie bei mir an und wenn Sie, das einfach als Tipp nebenbei, wenn Sie eine wunder, wunder, wunderbare Location für Ihre Seminare einmal buchen möchten, Ralf Schumacher Car Center, man kann zwischendurch runtergehen, mal ein paar Runden fahren und dann geht es oben wieder weiter. Ja, ein tolles Team-Event begleitend. Tolles Team-Event, also ich glaube, das können wir wirklich empfehlen. Vielen Dank fürs Zuschauen, wir machen in anderer Form weiter. Ich sage vielen Dank bei der B2B-Wirtschaft. Vielen Dank. Weitere Berichte und Informationen zu diesem Thema finden Sie auf der Website www.b2b-wirtschaft.de Wie machen Sie einen weiteren Vai an den anderen Form weiter.